Hallo Leute, hier ist Biti, euer Bitcoin Trading Informant und hier ist euer tägliches 5 Minuten Turbo Update für Bitcoin. Es gab heute schon ein Video von mir, ein Achtung, Achtung, Warnungsvideo für Bitcoin und wir werden mal ein bisschen genauer drauf eingehen. Für alle, die es nicht gesehen haben, bitte schaut es euch kurz an, dauert nur eine Minute und jetzt gibt es die Analyse. Los geht's! Und wie immer sind wir in der schnellen Zusammenfassung. Und zuerst mal, was geht hier ab bei TradingView? Die Tageszusammenfassung sagt uns, wir sollen trotzdem hier kaufen. Die Moving Averages sagen uns stark kaufen und die Oszillatoren sind nach wie vor auf Verkaufen. Vier Stunden, wir haben hier auf vier Stunden jetzt erstmals ein Sell, ein Sell, also ein Verkaufen, ein Verkaufen. Sehr interessant, hatten wir jetzt schon länger nicht. Und natürlich bei zwei Stunden auch Verkaufen, stark Verkaufen und die Stunde sagt uns auch, oh mein Gott, verkauft euer Bitcoin. So, wir schauen jetzt mal ein bisschen tiefer in das Ganze hinein. Ich habe ja das hier für euch gefunden, Leute. Im Stundenchart haben wir folgendes Bild. Wir bauen momentan gerade diese schönen grünen Kerzen hier nach oben. Das nennt sich jetzt Three Outside Up. Das ist ein Bullish Reversal. Das kommt meistens dann, wenn es mal lange Zeit runterging. Dann kommt dieses schöne Pattern hier, dieses Bullish Reversal, dieses Three Outside Up. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es jetzt ab hier hochgehen könnte. Eine hohe Wahrscheinlichkeit ist hier und es schaut ganz gut aus. Des Weiteren haben wir hier einen Doji Star, genauso auch einen Bullischen Engulfing. Und auch hier haben wir noch diesen Doji Star. Also wir haben hier sehr viele Bullische Zeichen hier im Stundenchart, dass es hier jetzt nach oben gehen könnte. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Das ist das Bild von gestern. Ich sagte euch gestern, Leute, Achtung, vielleicht ist es wieder mal soweit. Wir bauen wieder mal eine Schulter-Kopf-Schulter und schaut euch das an. Das hat wirklich jetzt mal zu 100% gepasst. Links Schulter, in der Mitte der Kopf, rechts die Schulter. Dann habe ich euch gesagt, Leute, da ist die Trendlinie. Sollten wir die 48.9 hier unterbieten oder unterschreiten mit einer bestätigten Kerze, haben wir eventuell ein Problem. Ja, das war auch so. Ich habe auch hier wieder verkauft Bitcoin, bin aus dem Trade rausgegangen und bam, es ging so richtig runter. Mein Ziel für diese Schulter-Kopf-Schulter war hier bei 47.000. Und wo sind wir aufgeschlagen? Bei 47.100. Bam. Perfect. Exactly as predicted. Twinker, twinker. It's not easy to twinker with one eye with this avatar. It looks like, okay, forget it. But guys, now, wir schauen jetzt weiter. Okay, es geht jetzt mal hier, das war der 5-Minuten-Chart und hier ging es mal runter. Jetzt haben wir ein riesengroßes Problem und da müssen wir jetzt genauer drauf eingehen. Wir starten in den Stunden-Chart und zoomen hier mal ein bisschen raus. So, da sind wir auch schon. So Leute, wir sind jetzt in diesem schönen Aufwärtskanal und das war auch gleichzeitig heute das Warnungsvideo, was ich euch rausgegeben habe. Schulter-Kopf-Schulter ist fertig, hat ausgespielt, ist für uns jetzt nicht mehr so wichtig. Haben hoffentlich alle die Shorts mitgenommen und sind alle hoffentlich hier wieder heil draußen aus dem Ganzen. Jetzt geht es nämlich weiter. Wir sind hier in diesem schönen parallelen Aufwärtskanal und jetzt seht ihr diese grüne Linie. Wir haben perfekt an dieser grünen Linie hier aufgeschlagen und das ist jetzt das ganz Wichtige. Das sind die 47.000. Die müssen jetzt halten. Sollten wir hier bestätigt nach unten ausbrechen, das könnte dann ein riesengroßer bärischer Sprung nach unten werden, Leute. Achtung, Achtung. Also wir müssen wirklich darauf schauen, dass wir jetzt hier drinnen bleiben können. Für den Moment, wenn wir jetzt hier mal so ein kleines Retracement einzeichnen, vom höchsten Punkt hier zu diesem Ausgangspunkt, würde die Sachlage jetzt so ausschauen, dass wir jetzt hier noch unten einen schönen Support hätten. Bei 46.000 in etwa liegt unser Golden Pocket, wenn wir das jetzt mal vom höchsten Punkt hier so einzeichnen. Das heißt, auch wenn wir hier nach unten ausbrechen würden, ist noch nicht Hopfen und Malz verloren, aber es schaut dann schon mal schlecht aus. Wir haben aber hier nochmal die 46.000 als schönen Support. Sollte es da auch noch runtergehen, ja dann haben wir echt ein großes Problem. Dann ist ja mal lange nichts und dann haben wir hier, wenn wir den Fibonacci anschauen, den nächsten Support, der liegt hier bei unserem 0.618 Fibonacci bei 42.000. Das ist schon recht tief, Leute. Also, wir sollten jetzt da drinnen bleiben. Viele haben hier natürlich den Long-Einstieg gemacht, haben gesehen, okay, wir schlagen genau auf der Linie auf. Habe ich euch auch gezeigt, war auch genau das Ziel von unserer Schulter-Kopf-Schulter. Aber 47.000 lang Position setzen, ein bisschen drüber immer ist immer am besten, 47.2, 47.3 und sind jetzt mal in einem schönen Trade drinnen, wenn es jetzt hier weiter nach oben gehen sollte. Und das schauen wir uns jetzt auch gemeinsam an, Leute. Wie schaut die Sachlage jetzt aus? Wir sind hier in einem Stunden-Chart. Jede Kerze ist eine Stunde und haben hier unser rotes Ribbon-Band. Ihr seht es jetzt, wir haben etwas Luft nach oben, haben auch den Kampf mit unserer EMA 200 verloren, sind hier nach unten ausgebrochen. Dann testen wir jetzt vielleicht die EMA 200 wieder an und das ist jetzt der schöne kleine von unten nach oben Trade. Das sind 1.000 Dollar pro Bitcoin, die ihr hier mitnehmen könnt. Wenn ihr hier ein Leverage macht mit 100.000, macht ihr Millionen mit euren Trades. Ja, aber das wäre jetzt mal diese Geschichte. Das heißt, die nächste große Widerstandsgeschichte ist hier oben 47.900. Sagen wir mal 48.000. Das ist jetzt mal der große Widerstand. Hier ist auch das Ribbon-Band. Schauen wir uns ganz kurz die Candles an und die Candles sind hier nicht ganz so aussagekräftig. Wir sahen hier den Bullish Harami. Es ging nach oben, sind aber nach unten ausgebrochen. Hier unten ist keine Bullish Harami-Kerze momentan noch. Also, okay, Achtung, Achtung. Gehen wir jetzt mal etwas tiefer in den Chart hinein. Schauen wir uns den RSI an, Relative Strength Index. Und der liegt momentan hier unten bei 41 Punkten. War schon überkauft hier, auch überverkauft hier und geht jetzt wieder nach oben. Und jetzt können wir eines machen, diese Trendlinie, die wir gerne machen von oben hier nach unten. Das hier ist unser Widerstand. Da haben wir jetzt einiges am Platz nach oben. Also auch hier könnte es sein, dass wir jetzt wirklich auf die 48 wieder raufgehen, nochmal unsere EMA antesten und vielleicht, wenn wir Pech haben, dann wieder runter. Das ist jetzt die Frage der Fragen. Das werden wir jetzt auch in Kürze sehen, wie es hier weitergeht. Gehen wir mal in den 4-Stunden-Bereich hinein. Und der 4-Stunden-Chart sagt uns auch hier, okay, wir sind nicht überkauft, wir sind nicht überverkauft. Nichts Tragisches, aber wir können hier eine schöne Linie zeichnen vom tiefsten Punkt. über hier nach oben. Und was sehen wir da mit dieser Linie? Ja, wir sind genau perfekt auf dem RSI bei unserem Support aufgeschlagen. Jetzt die große Frage, können wir da drüber bleiben oder stürzen wir nach unten ab? Das werden wir auch begutachten in meinem Livestream. Stream ja live 24 Hours, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Da werden wir dann schauen, ob wir hier ober dieser RSI-Linie bleiben können oder ob wir hier beim Relative Strength Index nach unten ausbrechen. Das wäre sehr bearish für den Moment. Schaut es nicht so schlecht aus. Sind wir hier nach oben schon mal kurz rausgegangen. Das Interessante ist ja beim RSI, ihr seht es auch, Leute, wir bauen hier eine Bearish Divergence. Ihr seht es hier, es ist so, dass der RSI nach unten geht, der Bitcoin-Preis aber nach oben geht. Das ist meistens ein Zeichen dafür, dass wir früher oder später hier einen großen Abverkauf sehen werden. Wenn wir den RSI jetzt so betrachten, schaut es wirklich so aus momentan. Also gar nicht mal so gut, würde ich sagen. Was sagen die Candles jetzt im 4-Stunden-Chart? Und da sieht man es besser, Leute. Schaut euch das an. Bearish Engulfing, bam, es geht mir richtig runter. Bullish Arami nach oben und jetzt bauen wir vielleicht gerade den nächsten Bullish Arami. Das könnte das Zeichen für die Trendumkehr sein. Nach oben, ein bisschen antesten, unsere 48 oder vielleicht sogar noch mal unsere 50. Wer weiß, wer weiß. Wir wissen es nicht so genau, aber wir können nur davon ausgehen. Es könnte jetzt sein, dass es ein bisschen nach oben geht, wenn wir diesen Support hier unten halten können. Wir können auch eines noch machen, ganz schnell im 1-Stunden-Chart. Es dauert schon wieder viel zu lang das Video. 5 Minuten habe ich euch versprochen. 7 Minuten sind es, Schande über mein Haupt. Das hier ist unser Abwärtskanal, Leute. Wir sind momentan in diesem Abwärtskanal drinnen gefangen. Solange wir in diesem roten Abwärtskanal sind, geht es auch runter. Eines ist wichtig, die Mittellinie. Die Mittellinie ist jetzt gleichzeitig unser Widerstand. Die liegt hier ein bisschen höher, je nachdem, wo wir drankommen. 48 und ein bisschen drüber. Also, wir müssen die 48.000 nach oben durchbrechen. Das wäre wichtig, um hier eine weitere Aufwärtsbewegung zu sehen. Dann könnten wir vielleicht hier oben irgendwo anschlagen bei 48.000, knapp 49.000. Das wäre hier mal das Erste, was zu erwarten wäre, wenn wir nach oben hin weiter ausbrechen könnten. Ich glaube, es könnte so sein, da wir hier unten sicher einiges an Kaufkraft gesehen haben und einiges an Volumen reinkommen könnte hier. Sollten wir das nicht schaffen, nach unten haben wir nach wie vor unsere ganz wichtige Linie. Das sind die 47.000. Ich habe es euch schon gesagt, da unten sind 46.000. Das ist die nächste Fibonacci-Linie. Leute, das ist es aber jetzt für heute. Es wäre noch viel zu sagen, aber wir haben zu wenig Zeit dafür. Für morgen gibt es ein nächstes Update. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Freut mich sehr, Leute, dass ihr mich so unterstützt. Ich möchte jetzt mal die 1.000 Daumen nach oben sehen und nicht nur die 3. Würde mich sehr darüber freuen. Ja, okay. Na gut, Leute, das war es aber schon für heute. Macht es gut. Schwingt den Hut. Und bis morgen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Oder in meinem Livestream. Ich bin ja dort 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Bitcoin Trading Informant der Name. Auf Twitch auf YouTube. Leute, macht es gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye, bye. Untertitelung des ZDF für funk, 2017